Hey Leute, heute mal nicht so ganz auf Weitwinkel mit der Kamera. Ich und ein paar Freunde von mir haben eine Limousinenfahrt gewonnen von einem Club von der Desco bei uns in der Nähe. Und da gehen wir jetzt gleich hin und fahren dann so eine Stunde mit der Limousine rum. Und dann gehen wir in den Club. Ihr wisst ja, YouTube Money und so, oder? Also, wir sehen uns gleich. So Leute, wir warten jetzt gerade auf die Limousine. Hier ist der Nico, einer von vielen, der mitgeht. Und bis gleich. Willst du mir erzählen, was das alles ist? Also, wir sehen uns gleich. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir machen jetzt gerade eine kurze Pause, war ein paar ein bisschen auf die Toilette und wir wollen noch ein paar Fotos machen und hier habt ihr nochmal den Ausblick. Musik 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 Verbreite den Channel überall und dann bis zum nächsten Mal.